Meine Beschäftigung mit den CARE-Prinzipien ist ein bisschen exotisch. Wo kommt das eigentlich her? Auch dieser Vortrag ist geboren aus einem Vorgängerprojekt und zwar wurden mehrere sogenannte Science Data Center im Bundesland Baden-Württemberg gegründet und dort gab es einen regen Austausch zu sehr vielen Themen zum Thema Forschungsdatenmanagement. Und in dieser Gruppe wurde sich dann darüber unterhalten, welche Themen man auch angehen könnte und so kam man eben auf Forschungsethik und auf die CARE-Prinzipien. Dort habe ich diesen Vortrag erstmalig gehalten und unsere Forschungsergebnisse dokumentiert und ich freue mich heute diesen Vortrag hier in einer aktualisierten Version nochmal vorstellen zu können. Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement, da geht es hauptsächlich um die Veröffentlichung von Forschungsdaten. Und wenn man es ein bisschen plakativ ausdrückt, dann fokussiert man sich eher immer auf den Ende des Forschungsdatenlebenszyklus. Also Forschungsdaten abgeschlossen oder Forschung abgeschlossen. Jetzt habe ich die Daten, jetzt müssen sie veröffentlicht werden. Wichtige Forschungsförderer, wie auch jetzt Horizon Europe, sagen hier die Forschungsdaten müssen as open as possible veröffentlicht werden, sofern es keine berechtigten Einwände dagegen gibt. Das betrifft natürlich Daten aus der quantitativen Forschung, wie zum Beispiel Messdaten und Gensequenzen von Pflanzen, aber auch zum Beispiel Gensequenzen von Menschen. Auch natürlich Forschungsdaten aus dem qualitativen Bereich, also Interviews, politische Einstellungen und in der Sozialforschung. Klar, der ganz große Platzhirsch, das sind die FAIR-Prinzipien. Wenn man sich die FAIR-Prinzipien anschaut, dann beziehen die sich natürlich auf die Daten. Sie sind datenzentrisch. Man diskutiert viel über Formate, über Metadaten, Schemata, Austausch, Schnittstellen. Man redet viel über Open Science und Open Data. Gerade wie können wir verhindern, dass wir keine Vendor-Login haben. Das heißt, wir kaufen uns einen sündhaft teuren Sequencer, der spuckt uns allerdings nur Daten in einem proprietären Format aus. Das ist natürlich nicht zielführend für Open Science und Open Data. Das heißt, wie kommen wir aus dieser Proprietätsfalle raus? Wir reden viel über PEDs und DOIs, dass die Forschungsdaten dann auch genauso referenzierbar und sitierbar sind wie Journal-Publikationen. Wir reden über Datenaustauschformate und wir reden natürlich auch über Lizenzen. Das heißt, ich denke da an die CC-Zero und CC-BY-Lizenzen. Wie können wir die Forschungsdaten, die ja meistens öffentlich finanziert worden sind, möglichst breit bereinstellen, damit möglichst viele auch sehr viel damit weitermachen können. Also wie können wir die Nachnutzbarkeit stärken? Hier gibt es natürlich Lücken. Hinsichtlich der positiven und negativen Auswirkungen der Veröffentlichung von Forschungsdaten gibt es eventuell sogar Nutzen oder im schlimmsten Fall Gefahren für die Gruppe, über die die Daten sind. Und wie sieht es eigentlich bei der Fairness mit der Datennutzung aus? Diese Lücke soll durch die CARE-Prinzipien gefüllt werden. Die CARE-Prinzipien fokussieren sich dabei auf indigene Personen und Gesellschaften und sollen deren Rechte stärken. Das heißt hier auch eine Beteiligung an den geschaffenen Werten und Nutzen der Datengeber, also in dem Fall die indigene Bevölkerung oder die indigene Communities, mit dem Ziel, den Nutzen für diese Communities zu maximieren und den möglichen Schaden zu minimieren. Ein bisschen überspitzt hätten wir jetzt hier mal ein Fair-Pol und sagen, okay, immer frei, immer alles und immer jeder. Und auf der anderen Seite hätten wir den CARE-Pol, ein fairer Anteil für die Community, einen reflektierten Zugang zu den Forschungsdaten und auch eine Abwägung der Auswirkungen der Veröffentlichung von Forschungsdaten. Die CARE-Prinzipien basieren oder sind dabei nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern basieren unter anderem auf der United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People, den Disciples for Maori Data Sovereignty and the Indigenous Data Sovereign Communiqué. Das heißt, diese CARE-Prinzipien sind nicht einfach Fingerschnips leerer Raum so entstanden, sondern bauen auf mehreren Dokumenten selber auf. Was habe ich jetzt heute mit Ihnen vor nach diesem abrupten Sprung ins kalte Wasser? Ich möchte mit Ihnen einen kleinen Ausflug in die Forschungsethik machen, um so einen Anker für die CARE-Prinzipien zu schaffen. Die CARE-Prinzipien stelle ich Ihnen natürlich auch vor und dann stelle ich Ihnen noch ein paar konkrete Anwendungsbeispiele für die CARE-Prinzipien dar. Und wenn ich mit dem Vortrag durch bin für heute, dann hoffe ich, dass ich bei Ihnen so ein bisschen den Impuls gesetzt haben kann, welchen Beitrag denn die CARE-Prinzipien leisten können, auch wenn wir nicht über indigenes Forschungsdatenmanagement sprechen. Forschungsethik. Wie Sie alle wissen, Forschungsethik ist natürlich ein unheimlich großes Feld und ich schaffe es natürlich jetzt nicht innerhalb von zehn Minuten, alles würdigend darzustellen und aufzubereiten. Deswegen bleibe ich hier relativ oberflächlich. Aber wenn wir hier über die klassischen Fälle von Forschungsethik sprechen, dann sprechen wir natürlich auch darüber, wie weit hier um Menschenversuche gehen dürfen. Wie weit darf Stammzellen- und Genforschung eigentlich gehen? Wie sieht es eigentlich mit Rüstungs- und Militärforschung aus? Umso wichtiger sind natürlich dann Ethikkommissionen und Ethikstatements von den Fachgesellschaften in der Forschung. Und andere klassische Fälle sind natürlich auch die Dual-Use-Bereiche. Klar, mit der Kernforschung kann ich entweder Energie erzeugen oder ich kann Atombomben verbessern. Wenn wir in den Life Sciences schauen, wenn ich bessere Sequenziermethoden finde und entwickle, kann ich zum Beispiel auch schlechte DNA-Proben zum Beispiel von Brandopfern besser analysieren und sequenzieren und so eine Identifizierung durchführen. Oder ich kann natürlich auch die spanische Krippe wiederbeleben. Auch ein Beispiel, wo Forschungsethik relevant ist. Es gibt die Y-Chromosom-Hablo-Typ-Referenz-Datenbank. Diese Datenbank wird von Forscherinnen und Strafverfolgungsbehörden verwendet und wird von Mitgliedern an der Charité in Berlin betreut. In diese Datenbank können andere Parteien auch ihre Datensätze hochladen. Zum Beispiel auch aus China und aus Rumänien. Gerade in China sind auch höchstwahrscheinlich Daten von Uyghuren und Tibeter in diese Datenbank gelangt und auch von Sinti und Roma. Es ist natürlich dann immer hier die Frage, ob es wirklich immer ein informiertes Einverständnis gab, dass diese Daten zuallererst gesammelt werden und dann auch veröffentlicht werden. Durch diese Datenbank entsteht das Gefahr von einem Genetic Profiling, das natürlich unter anderem autoritären Regimen gegeben ist. Dadurch können über dieses Genetic Profiling ganze Abstammungslinien entwickelt werden oder abgeleitet werden, sobald man diese Daten entanonymisiert. Ein zweites Beispiel sind die sogenannten Hela-Zellen. Bei den Hela-Zellen handelt es sich um Epithelzellen eines Cervix-Carcinoms und diese Epithelzellen wurden ohne Einwilligung der Afroamerikanerin Henrietta Lacks 1951 in einem Krankenhaus in Baltimore entnommen. An diesem Beispiel kann man übrigens schon sehen, wie weit es mit Datenschutz 1951 war. Hela und Henrietta Lacks lässt sich eindeutig auseinander ableiten und so war auch der Datenschutz natürlich überhaupt nicht gegeben. Bei dieser Zelllinie handelt es sich um eine potenziell unsterbliche Zelllinie, die als Grundlage bedeutender Forschung gedient hat oder immer noch dient, unter anderem beim Impfstoff gegen Kinderlähmung und gleichzeitig sind diese Hela-Zelllinien auch die Grundlage für mindestens vier Nobelpreise. Hier wurden diese Hela-Zellen auch kommerziell vermarktet, ohne dass die Familie von Henrietta Lacks daran beteiligt wurde. Und 2013 wurde sogar das Genom eines Stammes dieser Zelllinien veröffentlicht und erst nach Protesten wurden diese Daten wieder gelöscht. Die Veröffentlichung ist deswegen problematisch, da natürlich aus den Zelllinien eines Mitglieds der Familie auch Rückschlüsse über zum Beispiel Erbkrankheiten der danach folgenden Familiengenerationen erstellt werden können. Und erst auf Grundlage dieser Proteste wurde eine Governance-Struktur für die Familie Lacks erst etabliert. Was haben jetzt beide Beispiele eigentlich gemeinsam? In beiden Beispielen haben wir ungleiche Machtverhältnisse. Wir haben die Rolle des informierten Einverständnisses mindestens unklar oder nicht gegeben. Gleichzeitig haben wir es mit Auswirkungen auf die Betroffenen, also auf die Datengeber, direkt oder auf deren Familien zu tun. Und wenn Werte generiert worden sind, sind die Beteiligten da nicht an der Wertgenerierung beteiligt. Und es wurden zu beiden Fällen die Forschungsdaten veröffentlicht. Die CARE-Prinzipien nun, da habe ich schon angedeutet, füllen diese Lücke. Sie wurden, oder basieren unter anderem eben auf der Declaration on the Rights of Indigenous People und wurden von der Global Indigenous Data Alliance entwickelt. Ich habe auch schon gesagt, den Vortrag habe ich schon mal gehalten. Und eine Frage, die immer wieder kam, ja, was ist denn die Definition von indigenen, von indigener Bevölkerung? Ich möchte mich in diese Diskussion gar nicht groß hineinstecken. Deswegen einfach nur der Hinweis, was es hier in dem Vortrag wichtig ist, dass wir über eine Urbevölkerung reden, die potenziell marginalisiert ist und deswegen hier ein rechter Ungleichgewicht herrscht. Und was nun indigene Daten, Daten, Informationen und Wissen in jeglichem Format, das indigene Völker, Nationen und Gemeinschaften auf individueller und kollektiver Ebene betrifft. Das umfasst auch Daten, über denen Ressourcen und Umwelt sowie Daten über sie als Einzelne oder als Kollektiv. Der Fokus der CARE-Prinzipien liegt dabei ganz klar auf dem Wohl indigener Gesellschaften, deren informationelle Selbstbestimmung, einem Machtausgleich sowie einer fairen Beteiligung an der Wertschöpfung. Dazu soll auch die Provenienz dokumentiert werden. Es soll eine indigene Governance etabliert werden und auch die Verfügbarkeit von Daten, soll auch eingeschränkt werden können, wenn das gegen die Richtlinien, Leitlinien einer indigenen Community verstößt. Gleichzeitig soll auch ausgezeichnet werden, wenn Daten, Informationen, also alles im weitesten Sinne, indigenen Ursprungs sind. Gleichzeitig sollen dann auch die indigenen Gesellschaften befähigt werden, Infrastruktur aufzubauen und auch ausgebildet werden, damit sie überhaupt diese eigene Governance auch ausüben können. Die CARE-Prinzipien kennen wir auch von den FAIR-Prinzipien, das ist natürlich ein Akronym. Und das C steht für den Collective Benefit. Das heißt, es soll ein Daten-Ökosystem so geschaffen und aufgebaut sein, dass indigene Gesellschaften einen Nutzen daraus erzeugen können. Ich habe jetzt hier immer hervorgehoben, was für mich die zentralen Aussagen sind. Punkt 1 und der C1, Förderung der Nachnutzen von Daten durch indigene Gesellschaften, unter anderem durch die Unterstützung lokaler, selbstbestimmter Entwicklungsprozesse durch Regierungen und Einrichtungen. Also auch hier, die Daten, die von der indigenen Gesellschaft gegeben werden, sollen auch in diese indigene Gesellschaft zurückfließen können. Diese Daten sollen auch verwendet werden als Entscheidungsgrundlagen für die Unterstützung indigener Entscheidungsprozesse und auch ein besseres Verständnis der eigenen indigenen Gesellschaft. Da habe ich nachher noch ein interessantes Beispiel dazu. Und auch Zielsetzung ist es, dass die indigenen Gesellschaften eine gerechte Beteiligung an den geschaffenen Werten auf Basis indigener Daten haben und dieser faire Anteil soll einen Beitrag dazu liefern, dass die indigene Community in ihrem eigenen Bestreben nach Wohlergehen unterstützt wird. Der A-Aspekt von Care Authority to Control, das heißt, die indigene Gesellschaft hat das Recht auf eine informierte Einwilligung zur Verwendung und Sammlung indigener Daten einschließlich der Entwicklung von Policies und Sammelprotokollen. Das heißt, auch hier darf nicht einfach der Forscher auf das Territorium einer First Nation treten, Proben sammeln und dann einfach wieder gehen, sondern hier muss die indigene Gesellschaft gefragt werden, ist das in Ordnung, nicht nur auch, dass Daten gesammelt werden, sondern muss gegebenenfalls auch ein religiöses Protokoll eingehalten werden, da etwas aus der Natur entnommen wird gegebenenfalls. Also auch hier eine Stärkung der indigenen Community. Gleichzeitig soll auch, jetzt bin ich glaube ich verrutscht, das Scrollen ist gerade etwas, so, dann soll natürlich auch die Forschungs-, oder die Erforschten sollen auch ein Recht auf Zugang zu den Daten haben, die über sie bereits erstellt worden sind, um auch ihr Recht auf indigene Selbstbestimmung zu unterstützen. Und natürlich auch Governance of Data, das Recht auf die Entwicklung eigener Policies im Umgang mit indigenem Wissen, indigenen Daten und das Recht auf eine aktive Rolle in der Data Stewardship. Der R-Aspekt, Responsibility, die Nutzung indigener Daten wie oder Respekt, gegenseitigem Vertrauen und gegenseitigem Verständnis. Der Datennutzung muss sicherstellen, dass sie würde indigener Gesellschaften gewahrt bleibt. Also auch hier eine hohe Anforderung an jemanden, der Proben aus dem Territorium einer First Nation entnehmen möchte. Auch unter R2 die Stärkung der Datenkompetenz sowie Aufbau von Infrastruktur, Zusammenung, Erstellung und Anwendung und Verwaltung von Daten durch die indigene Gesellschaft selbst. Das heißt, auch hier wird eine aktivere Rolle der indigenen Gesellschaft gefördert, indem diese eben nicht nur passiver Datenspender ist, sondern auch aktiv ein eigenes Datenrepositorium aufbaut und Daten, die sie gegebenenfalls selber sammelt, auch unter den eigenen Bedingungen und selber veröffentlichen kann. So, es liegt wahrscheinlich an meinem Mausrad. Ich hoffe, es wird nachher noch besser. Hier auch für die, auch unter dem R3-Aspekt sollen Ressourcen zur Erstellung von Daten basierend auf den Sprach- und Weltanschauungen indigener Gesellschaften bereitgestellt werden, zum Beispiel in Form eben eines Repositoriums. Auch da habe ich nachher noch mal ein Beispiel dafür. Kommen wir zum E-Aspekt Ethics. Hier geht es darum, dass das Recht und das Wohlbefinden der indigenen Gesellschaft das primäre Interesse über den gesamten Datenlebenszyklus des Datenökosystems hinweg ist. Hier ganz wichtig der Aspekt Minimizing Harm and Maximizing Benefit. Das heißt, ethische Daten sind Daten, die indigenen Gesellschaften weder stigmatisieren noch defizitär darstellen und im Einklang mit ihnen gesammelt worden sind. Die Bewertung, ob eine Darstellung defizitär oder nicht defizitär ist, die obliegt jetzt eben nichts, ich überspitze es dem weisen Wissenschaftler, sondern obliegt die indigenen Gesellschaft selbst. Denken wir einfach mal daran, an die zahlreichen Fotografien amerikanischer nordamerikanischer indigener Bevölkerungsschichten, die tief in der Alkoholsucht stecken und in ihrer Alkoholsucht fotografiert worden sind und diese Daten wurden dann auch, diese Abbildungen wurden dann auch verbreitet, um gegebenenfalls zwei Dinge zu sagen oder um eben diese First Nations abzuwerten. Dann auch noch for Justice. Ethische Prozesse adressieren ungleiche Macht- und Ressourcenverhältnisse und wie diese sich auf Menschenrechte und Rechte indigener Gesellschaften auswirken. Ethische Prozesse umfassen die Beteiligung indigener Gesellschaften. Auch hier wieder ganz stark der Einbezug der indigenen Communities auch mit Blick auf die ungleichen Macht- und Ressourcenverhältnisse. E3 for Future Use Der Umgang mit Daten soll die mögliche zukünftige Verwendung und zukünftigen Schaden auf Grundlage eines ethischen Rahmens auf Basis der Werte und Prinzipien der betroffenen indigenen Gesellschaft berücksichtigen. Metadaten sollen die Herkunft und den Zweck sowie Beschränkung und Verpflichtungen einschließlich Fragen der Zustimmung umfassen. Das heißt auch hier bei diesem Aspekt des Forschungsdaten Management auch ganz klar der Blick in eine Zukunft auch mit der Befürchtung dass Daten die jetzt veröffentlicht werden gegebenenfalls in Zukunft einen Schaden für die Community bedeuten könnten. Hier denke ich immer an die wachsende Rolle von Künstlicher Intelligenz von Big Data einfach schon mit dem Blick auf später hier geht es um einen reflektierten Umgang mit Forschungsdaten. Wie werden jetzt diese Kerr-Prinzipien umgesetzt? Eine Möglichkeit ist die Auszeichnung von Daten mit sogenannten TK-Labels und TK bedeutet hier Traditional Knowledge. Durch diese Label können Daten kontextualisiert werden und diese Daten oder diese Label können ausschließlich in Zusammenarbeit mit den indigenen Gesellschaften auch verwendet werden. Sie sehen als Außenstehender weiß ich natürlich nicht, ob die Daten zum Beispiel Abbildungen oder auch Gegenstände in einem Museum ob diese jetzt zum Beispiel das Label TK Woman Restricted bekommen müssten. Das heißt hier muss ich mit der indigenen Community zusammenarbeiten um selber erst mal genug Wissen zu erwerben um diese Label vergeben zu können aber im Optimalfall wird die Label Vergabe eben direkt und ausschließlich mit der indigenen Gesellschaft bereitgestellt erzeugt. Auch hier werden Informationen für Dritte bereitgestellt unter welchen Bedingungen und für welche Nutzung die Daten bereitgestellt werden. Das heißt da können Sie an die CC Lizenzen denken zum Beispiel hier dieses Datum darf nur weitergegeben werden zum Beispiel für den Outreach also für Bildungszwecke oder solange es eben nicht kommerziell verarbeitet wird. Als Erweiterung von diesen Labels gibt es auch die Biocultural Labels das heißt da kann ich auch Gensequenzen mit den entsprechenden Labels auszeichnen um hier zu sagen diese Daten kommen daher kommen von diesem klaren Gebiet oder von dieser Community Gebiet um so auch Transparenz über den Ursprung der Daten zu schaffen. Hier ein Beispiel wir haben hier Original Aufnahmen die den Stamm der Passam Quarter in Nordamerika betreffen hier geht es dann auch gleichzeitig darum dass mit dem TKA Label also der Attribution dass dort Fehler korrigiert werden sollen das heißt die Community stellt hier die richtige Attribution der Daten bereit in der Hoffnung dass dieses Bild das gegebenenfalls schon woanders verwendet worden ist mit den richtigen Daten korrigiert wird gleichzeitig wird über das TKO Label angezeigt diese Daten dürfen für Bildungszwecke und zur Außendarstellung einer Gruppe oder eines Individuums verwendet werden ein anderes Beispiel das auch die Pass-on-Quartie betrifft und auch im Sinne der Care Prinzipien ist das ist die Rückgabe von Daten über eine Community selbst hier von der Library of Congress umgesetzt in der Sammlung Ancestral Voices hierbei handelt es sich um Tonaufnahmen die gesammelt worden sind 1890 von Jesse Walter Fuchs und der hat das Pass-on-Quartie Gebiet bereist und hat dort Tonaufnahmen angefertigt damals noch auf Wachswalzen und Angehörige des Stammes haben dann ihre Geschichten aufgenommen und diese wurden dann ja weiß ich gesammelt und erst 1983 beziehungsweise 1983 bis 1988 digitalisiert und auch erst dann wieder an die Pass-on-Quartie zurückgegeben und in diesem Rückgabeprozess wurde teilweise Wissen an die Pass-on-Quartie zurückgegeben das ja schon über 100 Jahre alt ist das heißt hier wurden quasi wirklich die Geschichten von vor 100 Jahren nochmal mit den Original wenn man so sagen kann den Original Sprechern der jetzigen Community bereitgestellt und auch hier also das das ist einfach das Bemerkenswerte weil innerhalb dieser Zeit und der Umwälzung von 1890 bis jetzt haben sich natürlich die Lebensumstände geändert und Geschichten wurden eventuell auch anders erzählt anders interpretiert und so kam dieses originalere Wissen quasi wieder zurück zu den ursprünglichen Datengebern und auch hier wurde mit den Pass-on-Quartie zusammengearbeitet und die Pass-on-Quartie selbst haben da von einem verbesserten Verständnis ihrer eigenen Kultur profitiert ich habe es vorhin immer ein bisschen angedeutet diese Selbstbefähigung von indigenen Communities auch selbst Daten anzugieten hier gibt es zum Beispiel das Mukuto Framework das ist ich nenne es einfach mal das Care Content Management System das unterstützt indigene Gesellschaften beim Aufbau digitaler Sammlungen beziehungsweise digitaler Hubs das heißt das heißt hier werden im Prinzip Repositorien oder das Framework für Repositorien wird hier bereitgestellt das unterstützt auch die Traditional Knowledge Label das ist die TK Label es unterstützt auch Zugangsbeschränkungen Protokolle um sicherzustellen das gegebenenfalls nur Clan Führer Zugang zu gewissen Daten haben und vor allem ermöglicht es auch die gleichzeitige Aufzeichnung von mehreren Objekten Geschichten Interpretation zum gleichen Objekt auch eine Umsetzung man möchte möglichst viel mit der indigenen Community zusammenarbeiten ist auch der aktive Aufruf zur Umsetzung aktive Aufruf zur Kollaboration mit indigenen Gesellschaften damit sehen wir hier auf der rechten Seite teilweise auch mit dem TK Label im unteren Beispiel Aufruf für Kollaboration und auch bei Forschungsprojekten für die Sammlung von genetischen Materialien veröffentlicht auf dem oder Forscher Organisation das hier mit den indigenen Gesellschaften zusammengearbeitet werden möchte ich kann mich nur entschuldigen ich stehe noch ein bisschen neben mir parallel dazu sollen immer noch Schulungen für indigene Gesellschaften angeboten werden gerade zum Beispiel Schulungen für AI und Algorithmen für Maori diese Schulungen sollen alle dafür dienen dass die Datenhoheit auch tatsächlich ausgeübt werden kann und nicht nur ein theoretisches Konzept bleibt und gleichzeitig soll auch die Datenkompetenz weiter ausgebaut werden auch die Care Prinzipien werden umgesetzt durch Journals so weist ein Data Journal zum Beispiel alle Publikationen zurück die über indigene Communities erstellt worden sind aber die nicht belegen können dass auch mit der indigenen Community zusammen zusammengearbeitet worden ist auch die staatliche Kunstsammlung Dresden setzt die Care Prinzipien um die Care Prinzipien werden umgesetzt beispielsweise hier auf der rechten Seite dass auch bei digitalen Sammlungen zum Beispiel Abbildungen einfach nicht angezeigt werden wenn die entsprechende Community hier geht es um eine Community auf Hawaii wenn diese die Bilder nicht als angemessen für eine Veröffentlichung Veröffentlichung erachtet dass das noch hier wurde mit der indigenen Community in dem Fall einem hawaiianischen Stamm zusammengearbeitet auch in Australien werden die Care Prinzipien umgesetzt bei meinen Recherchen hatte ich jetzt den Eindruck und ich habe am Anfang gesagt die Care Prinzipien sind nicht im luftleeren Raum entstanden sondern es gab schon Policies und Frameworks und so natürlich auch in Australien und hier gibt es auch schon Governance Strukturen die selber nicht auf die Care Prinzipien referenzieren aber definitiv die Care Prinzipien umsetzen hier geht es zum Beispiel um zwei Studien in denen die indigenen Gesellschaften Australiens auch genetisch erforscht werden sollen um ein Referenzgenom zu erzeugen und ich habe es vorhin auch gesagt die Care Prinzipien sagen auch die indigene Gesellschaft die erforscht werden soll die muss davon ja auch was haben und hier bei diesen Studien geht es darum dass durch die Erforschung es Vorteile in Form von personalisierter Medizin gibt auch hier die Kontrolle über die Daten selbst die liegt beim National Center für Indigenus Geomics und dieses Zentrum oder dieses Kontrollgremium das die Datenhoheit hat das wird mehrheitlich außeruniversitär besetzt und zwar nicht nur außeruniversitär sondern auch mit Mitgliedern der indigenen Community besetzt Vorteil dieses ganzen Forschungsprojekts für die indigene Community selbst ist das Entdecken von Behandlungsmöglichkeiten und auch von Präventionsmaßnahmen direkt hat einfach auch den Hintergrund dass durch die Topografie des australischen Kontinents es eine sehr große Diversifikation innerhalb der einzelnen indigenen Communities gibt und es fehlt einfach das Referenzgenom wie man es zum Beispiel für den Standard Mitteleuropäer hätte gleichzeitig setzt sich auch das NCIG dafür ein dass gute Beziehungen zu den indigenen Gesellschaften aufgebaut werden und nur auf Basis guter Beziehungen auch tatsächlich eine Forschung auf Augenhöhe durchgeführt wird Ich habe in vorherigen Recherchen auch gesehen dass es auch Firmen gibt die explizit Trainings anbieten im Umgang mit indigenen Communities Auf der einen Seite dachte ich mir ja das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz Punkt auf der anderen Seite persönliche Meinung jetzt hier in der Stelle fand ich es natürlich schade dass das dann auch wieder eine Möglichkeit Kommerzialisierung darstellt das heißt aber um wieder auf den Fall der indigenen Gesellschaften in Australien zurückzukommen auch hier eine Erforschung des genetischen Pools auf Augenhöhe und mit Blick auf die Vorteile für die indigene Gesellschaft selbst Es kann man natürlich auch sagen ich habe jetzt sehr viel über Indigenen und auch Nordamerika gesprochen jetzt kann man natürlich sagen ja gut aber wir haben jetzt ja hier keine indigene Bevölkerung da gibt zwei Punkte einmal hier ein effektives Beispiel und dann noch ein reelles Beispiel zu den die klassische indigene Gesellschaft haben wir im Dachraum wahrscheinlich wirklich nicht aber wenn wir mal nach Nordschweden und Finnland schauen dann haben wir dann natürlich die Gruppe der Samen dort haben wir auch in Europa indigene Gesellschaften und die Gruppe der Samen wurde auch in der Vergangenheit ähnlich schlecht behandelt wie die Gruppe der First Nations auf dem Gebiet der heutigen Vereinigten Staaten machen wir mal ein viel tiefes Beispiel ich habe ja auch gesagt wenn ich Daten oder die Care Prinzip machen ja stark den Punkt 1 was wenn die Daten missbraucht werden und was hat die eigentliche erforschte Community davon jetzt überlegen wir uns einfach mal das Beispiel wir führen in einem Gefängnis Interviews mit Gewalttätern und was wäre jetzt zum Beispiel ein und diese Daten werden dann relativ unreflektiert veröffentlicht was wäre jetzt zum Beispiel ein Risiko dafür man könnte jetzt zum Beispiel gezielt arabisch stämmige Männer herausziehen und deren Aussagen beispielsweise in politischen Kontexten verwenden das heißt das wäre jetzt eben das E3 Prinzip man könnte sich aber auch darüber Gedanken machen welche Nutzen hatten jetzt die untersuchte Gruppe eigentlich von der Publikation der Daten man könnte jetzt diese Datenbank natürlich auch nutzen als Grundlage für Ursachenforschung zur Gewaltprävention oder die untersuchten oder die erforschten interviewten können gegebenenfalls selbst einen Blog einrichten um über ihre eigene Lebens Geschichte zu berichten das wäre jetzt zum Beispiel ein Beitrag zur Destigmatisierung würde jetzt eben auf den E1 Aspekt abziehen gleichzeitig sind natürlich solche Interviewdaten sehr kritisch und müssen extra geschützt werden umso wichtiger ist natürlich dass hier auch bei der Erfassung eine besondere Sorgfalt an den Tag gelegt wird und auch das Einverständnis zur Datensammlung immer einer wirklich informierten Zustimmung Bedarf das heißt hier sind wir beim A1 Prinzip ich möchte jetzt nach diesem Spurt durch die Care Prinzipien und Anwendungen so ein bisschen mit meinen letzten Worten schließen also hier sehe ich die Care Prinzipien im Dachraum als Impulsgeber für einen bewussten und reflektierten und ethischen Umgang mit Forschungsdaten gleichzeitig auch so als Anregung für die gegenwärtige Forschung und zukünftige Nutzung von Forschungsdaten gerade mit Blick auf KI und den Bereich Big Data die Care Prinzipien selbst müssen natürlich auf organisatorischer Ebene umgesetzt werden und in den Beispielen die ich gezeigt habe passiert das hauptsächlich durch Metadaten und durch Auszeichnung der Provenienz die Care Prinzipien werden zum Beispiel auch in dem NFDI for Culture hier in Deutschland aufgegriffen die haben auch einen kleinen Beitrag dazu verfasst gleichzeitig ich habe es auch schon gesagt die Care Prinzipien wenn ich sehe im Chat ich höre nichts mehr bei mir scheint alles in Ordnung zu sein Frau Söser könnte ich kurz Rückmeldung von Ihnen haben ob Sie mich noch hören ja ich höre sie noch ok dann mache ich kurz die letzte Folie noch zu Ende wie gesagt die Care Prinzipien sind noch im Kontext von weiteren Initiativen die auf einen fairen Ausgleich hin ausarbeiten und auch was hier natürlich auch so ein Schlagwort ist das ist die Regenwald Apotheke die durch das Nagoya Protokoll auch ein bisschen abgedeckt werden soll hier geht es auch darum dass der Zugang zu den genetischen Ressourcen geregelt wird und auch die ausgewogenen Nutzer und Aufteilung von Vorteilen und das ist auch ein völkerrechtliches Übereinkommen bereits das heißt auch hier geht es darum dass nicht ein großer Pharmakonzern in Regenwald marschiert und eine ich drücke es jetzt arg platt aus dass nicht ein Pharmakonzern in Regenwald marschiert sich umhört unter der indigenen Gesellschaft herausfindet ah ja guck mal hier wenn Menschen hier unter Kopfschmerzen leiden dann wird immer ein Sud aus dieser Pflanze zubereitet und diese Pflanze wird dann geerntet aufbereitet analysiert und daraus wird dann das Medikament Aspirin 2.0 entwickelt das heißt dieses Nagoya Protokoll regelt auch hier diesen Aspekt und zwar eben auch auf der Ebene des Völkerrechts also schon auf einer sehr hohen Ebene das heißt ich bedanke mich jetzt erst für ihre Aufmerksamkeit und die Entschuldigung